Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Top-Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Ein Top-Mod, weil er sich von den anderen seiner Art abhebt, im positiven Sinne. Eine kleine Kritik habe ich zum Schluss aber trotzdem noch. Wichtig ist auch hier natürlich alle Infos, so wie der Download-Link gibt es in der Videobeschreibung. Und falls du Bock auf mehr Top-Mod-Videos hast, beziehungsweise mehr Mod-Videos sehen möchtest, dann hinterlasse dem Video gerne ein Däumchen nach oben. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, auch ein Abo wäre fantastisch. Wir haben hier alte Fahrsilos und hier wieder direkt auf Gras platziert. Wir sehen dadurch, wie die Bodenplatte von dem Mod ist. Sprich, bis hier, wo das Gras anfängt, verändert der Mod den Boden. Und hier seitlich von dem Mod sehen wir, passiert gar nichts. Das heißt, mit dem, in dem Fall Schotterhaufen, endet auch die Bodenplatte von dem Mod. Texturtechnisch, ich sag mal so, sehr interessant. Vom Weiten sieht das deutlich weniger hochauflösend aus, als wenn wir mal nahe rangehen. Der Schotter ist, würde ich sagen, LS22 Standard-Schotter. Ist, ich sag mal, gut aufgelöst, kann man machen. Wir haben hier Straßenlaternen mit integriert, sodass die Silos beleuchtet sind. Und innen drin haben wir hier vorne und hinten so eine schöne Abflussrinne, damit hier das Säckerwasser abfließen kann. Und wir haben hier so eine kleine, schöne Textur auf dem Boden von Reifenspuren, die das Ganze noch so ein bisschen realistischer wirken lassen. Finde ich sehr, sehr nice. Diesen Mod, beziehungsweise dieses Fahrsilo, gibt es in drei verschiedenen Varianten. Einmal hier die kleine Variante mit dem Schotter, denn die kleine Variante mit den Büschen und die große, und zwar deutlich, deutlich größere Variante. Also ich würde sagen, ist mehr als doppelt so groß, hätte ich jetzt geschätzt. Und ja, mit Schotter und hier auch gleich meine Kritik an dieser Stelle. Lieber Modder, falls du das siehst, eine große Variante mit den Büschen wäre fantastisch. Das würde noch fehlen. Und ja, auch hier natürlich innen drin die Texturen mit den Reifenspuren und so. Das macht das Ganze glaubwürdig und richtig schick. Wir gucken uns das Ganze nochmal eben in Shop an. Im Baumenü unter Silos zu finden für 40, für die beiden kleinen Silos und 80.000 für das große Silo preislich gesehen. Wir können ja mal eben hier nebenhalten. Es ist, ja komm, es ist doppelt so groß. Es ist doppelt so groß. Also doppelt so viel Preis, doppelt so groß. Wie viel Liter da reinpasst, weiß ich nicht. Hier muss man auch tatsächlich sagen, oder hier würde ich Giants drum bitten, das in zukünftigen LS-Teilen nochmal hinzuzufügen, wie viel Liter man hier maximal reinkriegen kann in so eine Phase. Das würde beim Bau dann doch durchaus hilfreich sein, manchmal. Ja, ansonsten sehr, sehr schöner Mod, wie gesagt. Er hebt sich ein wenig von anderen Silos ab. Die anderen Silos sind ja meistens sehr, sehr, ich nenne es mal stumpf. Hier hat jemand ein bisschen Liebe reingesteckt und ein schönes altes Silo gemacht. Und das finde ich sehr schön. Und ich bin mir sicher, in einer meiner nächsten Projekte werden wir das integrieren. Weil, ich sag mal, aktuell ist es meiner Meinung nach konkurrenzlos. Es gibt meiner Meinung nach kein schöneres Fahrsilo als das hier. Direkt mit Lampen hier, mit Textur, mit den Wänden und so. Das sieht doch alles ganz nice aus. Wie schon gesagt, alle wichtigen Infos zu diesem Mod findet ihr in der Videobeschreibung. Dort seht ihr, welcher Modder war das. Wo könnt ihr es runterladen, welche Plattform und so weiter. Und in dem Sinne sag ich erstmal Dankeschön. Falls du mehr Mod-Videos sehen möchtest, kennst du das Ganze. Däumchen nach oben und auch gerne ein Abo für meinen Kanal. Bis dann, danke und ciao.